Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Wasserfälle bezwingen, anzunehmen bei Wuvik. Immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. Vor Quest waren, die schlechter Schlachten und Mammuts im Mittelpunkt. Angenommen, nun darf man hier dieses Boot benutzen. Und man darf sich jetzt nicht bewegen, sonst bricht es ab. Ihr seht, hier unten ist ein Kanalisierparken. Einfach abwarten. Jetzt quatschen diese NPCs, könnt ihr ja gerne mitlesen. Ihr könnt ja vergleichen, ob die Texte dieselben sind, Beta und Live-Server. Und sobald der Gasbalkon durch ist, ist die Quest auch schon bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben, bei Couch, immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.